Hinter den Laboren Ein Roman von Jörg Bergstedt Erschienen im Seitenhieb Verlag Teil 12 – Das Ende Es ist ein alter Menschheitstraum, nicht zu altern und nicht zu sterben. Mit einer bahnbrechenden Entdeckung in den Laboren der Spezialfirma BioGeronto scheint er Wirklichkeit zu werden. Doch Komplikationen treten auf, die Technik wird teuer und es bedarf der Forschung an Embryonen. Gesellschaftlicher Widerstand regt sich, üblicherweise kein Problem für modernes Firmenmanagement, denn soziale Bewegungen sind handzahm geworden. Doch diesmal verläuft die Sache anders. Die Branche gerät unter Druck und macht Fehler. Laborbaustellen werden besetzt, dann zerstört. Auch die Polizei nimmt ihre Gegners zu leicht und muss lernen. Eine Sonderkommission ermittelt. Das Drama nimmt seinen Lauf. Zwischen Spurensicherung, Vernehmungen, öffentlichen Debatten und Strippenziehen hinter den Kulissen der Forschungsförderung entwickelt sich ein Krimi der besonderen Art. Glauben Sie ja nicht, die fantastische Erzählung könnte irgendetwas Wahres enthalten. Podium, nur ohne Kritik. Marvins Touchscreen signalisierte eine neue Nachricht. Sie kam von der Kirchengemeinde Oberhausen. Mit schnellen Fingerbewegungen öffnete er das Dokument und betrachtete den zugesandten Entwurf einer Einladung. Er fand seinen Namen, darunter eine Professorie, die ihn ja gut kannte und die er zwar zurückhaltend mit eigenen Meinung war, aber verdeckt auch selbst einige Fördergelder einstrich im Bereich der Senexik. Das war klug gewählt. Doch bei den Kritikis stutzte er. Der Name war ihm unbekannt. Schnell fragte er die Netze nach mehr Informationen ab und fand den Namen. Eine der Filmmachis des Streifens hinter den Laboren. Ich gehe da nicht hin, sagte Marvin später in der Strategierunde. Mit denen kann Mensch nicht diskutieren. Aber solche Veranstaltungen sind doch wichtig, fragte Dani. Ja, aber nicht mit denen. Warum nicht? Marvin ging auf die Frage nicht ein. Will hier Mensch anders hin? Keine Antwort. Vielleicht können wir die gewinnen, eine andere Kritik hier auf das Podium zu holen. Von irgend so einer NGO oder meinetwegen auch von den Violetten. Danni fragte noch einmal nach. Warum willst du nicht? Und warum mit den einen Ja und den anderen nicht? Ach, entrüstete sich Marvin. Die pöbeln nur und haben sachlich nichts zu bieten. Dani schaute wenig überzeugt. Das ist halt ein Unterschied, wie die argumentieren und wie die NGOs, versuchte Ajit eine Erklärung. Im Film hinter den Laboren geht es um angebliche Seilschaften, um Betrügereien mit Geld. Wir werden da als Personen angegriffen. Ja, und? Nun ja, das ist schon allein ziemlich schwierig. Wir sind an Sachthemen interessiert, aber die lassen sich mit denen kaum diskutieren. Aber es gibt doch eine Moderation. Das stimmt zwar, aber auch die Sachthemen sind mit denen schwierig. Warum? Die behaupten, dass es uns darum gar nicht geht. Worum soll es uns gehen? Um Geld. Aber da können wir doch argumentieren. Schon, aber die bringen dann Zitate. Was für Zitate? Welche von uns? Wie, welche von uns? Naja, es gibt Texte und heimliche Aufnahmen, wo wir so etwas tatsächlich sagen. Das verwenden die dann. Was soll ich dann sagen, wenn der Satz von mir selbst stammt oder von jemandem wie euch? Dani ließ eine Pause. Gut, verstanden. Das klingt nicht gut. Und die NGOs machen das nicht? Jedenfalls kenne ich das nicht. Warum eigentlich nicht? Genau weiß ich das auch nicht. Ich glaube, die stellen lieber Themen in den Mittelpunkt als den Angriff auf uns. Warum? Wahrscheinlich aus den gleichen Gründen wie wir. Um seriös zu wirken. Das soziale Geschwafel bringt Applaus und Anerkennung. Naja. Und dann gibt es eben mehr Zuschüsse und spenden all der Leute, die Angst haben, zu kurz zu kommen. Denen geht es doch auch immer vor allem ums Geld. Aber die verstecken das. Warum hast du auch gesagt? Marvin überlegte. Ja, siehste. So kommen diese dummen Sätze zustande, die die dann zitieren. Wieder meldete sich Marvins Juppet. Diesmal kam der Anruf von der Soko. Die wollten einen Termin für ein direktes Gespräch. Möglichst schnell. Wir sitzen hier in der Strategierunde. Aber in ungefähr einer Stunde könnte ich mir einige Minuten freischaufeln. Gut, dann sind wir in einer Stunde da. Was ist mit der Uni? Ajit eröffnete ein weiteres Thema und sah Marvin fragend an. Die hat sich nach den Überfällen nicht öffentlich geäußert. Das stimmt. Leider. Ich fürchte, dass sie nach dem Auftritt der Senatoren in der Vörgebrunde keine Hoffnung mehr haben. Zumindest was die Finanzierung von Forschungstätigkeiten in der Senexik angeht. Aber wir haben mehrere Leute dort. Was ist mit Chris? Der ist doch fein raus, stichelte Karin. Der hat seit Monaten nicht mehr erkennen lassen, dass er uns seine Berühmtheit verdankt. Und dass wir daran alle Anteil haben. Nicht nur er. Früher hat er immer Hausarbeiten vergeben, die dann hier in den Laboren stattfanden. Hat uns Praktikant dies vermittelt. Ja, das ist schon lange nicht mehr passiert. Der verlässt das sinkende Schiff. So ein Quatsch, wir sinken nicht. Glaubst du das wirklich? Oder ist das nur noch Durchhalteparole? Lass uns doch mal die laufenden und beantragten Projekte einzeln durchgehen. Was hat noch Zukunft? Was kann verlängert werden? Welche Anträge laufen noch? Und haben welche Chancen? Wie viel Geld bringt was? Und wie viele Leute brauchen wir für welches Projekt? Marvin drehte die Darstellung des Touchtables zu sich und öffnete die Projektdatenbank. Knapp eine Stunde später standen die beiden Beamtis in der Tür. Milana und Sigi waren pünktlich. Höflich warteten sie eine Weile, bis Marvin aus der Strategierunde ins Büro kam. Ließen es sich aber nicht nehmen, einmal an allen Arbeitswaben vorbeizuschlendern und sich die Räume anzusehen. Dann begrüßten sie die hereinkommende Strategierunde. Wollen wir in Ruhe sprechen? Ja, auf jeden Fall. Dann lade ich sie zu einem Essen oder einem Getränk in den Besprechungsraum der Kantine ein. Gerne. Moment. Marvin tippte ein paar Mal auf den Touchscreen. Ja, der Raum ist frei. Gehen wir. Die drei wandten sich Richtung Tür. Karin, willst du mitkommen? Worum geht es? Weiß ich nicht so genau. Die beiden sind von der Sonderkommission der Polizei. Er schaute sie an. Eigentlich gilt, je weniger Ohren, desto besser, warnte Melana ein. Aber ich kann nicht meine eigenen Leute hintergehen. Was ist schon eigene? Ändert sich das mit der Lage? Marvins Blick verriet erstaunen über diese offenen Worte. Trotzdem, mir wäre das wichtig. Na dann, nehmen Sie sie mit. Die vier verließen das Büro und fanden sich wenig später im kleinen Gesprächsraum wieder, der schon so oft Ort wichtiger Abklärung war, die nicht für andere Köpfe bestimmt waren. Pro-Synixic-Demo Sie war schon vor Monaten geplant worden, als in den Föhrgeb-Runnen noch die Hoffnung auf Besserung überwog. Aber ein befreiender Schlag war es jetzt nicht mehr, jedenfalls nicht in den Medien. Die kommentierten den Mini-Aufzug der Synixic-Lobbyistis von Föhrgeb eher hämisch. Drei Stunden standen Demonstrantis, organisiert von einem Senexic-Lobbyverein am Bauzaun. Missmutig machten sie Demodienst nach Vorschrift. Sie waren während ihrer Arbeitszeit abgestellt, um für die umstrittene Technik zu werben, schrieb ein Online-Mediendienst und war damit noch eher zurückhaltend. Andere titulierten die Aktion am Leipziger Laborgelände als plumpes Propagandamanöver oder Bruch mit dem eigenen Anspruch der Sachlichkeit. Rolf berichtete Marvin in jammervollen Ton. Wir haben uns so viel Mühe gegeben, aber es geht einfach nicht. Dabei fand ich die Idee, mal eine Demo ProSenexic auf die Beine zu stellen, am Anfang ziemlich gut. Und warum sind nur so wenig gekommen? Vielleicht haben die jetzt alle weiche Knie bekommen, wo die öffentliche Meinung sich dreht. Ich weiß es nicht. Es ist ein Desaster. Strategierunde So, fangen wir an, eröffnete Marvin die Strategierunde. Was liegt an? Sie sammelten einige Tagesordnungspunkte. Gut, meinte Marvin mit Blick auf die Liste auf dem Touchtable. Ich hätte dann auch noch einen kleinen Bericht von unserem Gespräch mit den Soko-Leuten. Aber das können wir vielleicht am Ende machen. Nö, meldete sich Ajit. Macht das doch am Anfang, damit wir alle Bescheid wissen. Marvin schaute auf. Oh, ist das so wichtig? Keine Ahnung. Ihr seid so geheimnisvoll von dann gezogen. Tja, es ist eine unsichere Zeit. Ich weiß nicht mehr, wem ich vertrauen kann und wem nicht. Schlecht für uns, wenn das nicht mehr geht. Aber die Strategierunde ist das Herz und Hirn unserer Firma. Wenn es da nicht geht, ist ohnehin alles verloren. Das stimmt wohl. Meinetwegen fangen wir damit an. Marvin schaute zu Karin. Willst du erzählen? Kann ich schon machen. Du warst auch dabei? fragte Dani. Ja, das wollte ich auch. Ich finde es schlecht, wenn wichtige Sachen nur von einer Person verfolgt werden. Wir sind ein Team und müssen das auch bleiben. Marvin stützte den Kopf auf beide Hände. Er hatte inzwischen in nie Menschen mehr volles Vertrauen, aber widersprach lieber nicht. Er hätte auch keine Ideen zum Umgang mit dem Misstrauen vorbringen können. So lauschte er Karens Bericht über den Vorschlag der Soko, den Weiterbau des gläsernen Labors zu simulieren, um die Baustellen zerstörigst zu einem neuen Angriff zu verleiten. Die Soko selbst würde dann die Fallen aufbauen, mit denen die Tätis gefangen oder zumindest sicher identifiziert werden. Müssen wir denn da überhaupt noch was machen? Eher nicht. Da wir ja schon öffentlich bekannt gegeben haben, den Ausbau nicht mehr weitermachen zu können, wäre es nicht besonders glaubwürdig, wenn wir das nun doch tun. Die Soko hat deshalb vorgeschlagen, einen anderen Träger des gläsernen Labors zu finden, der quasi als Investor einsteigt und die Mehrkosten trägt. Und wer soll das sein? Hier hoffen die auf uns, dass wir die entsprechenden Kontakte knüpfen. Deren Vorschlag war UPLS. Denen würde das finanziell auch zugetraut. So käme kein Verdacht auf. Von uns würden sie sich wünschen, dass wir diese Übergabe öffentlich mitvertreten. Zum Beispiel mit einer Presseerklärung oder einem entsprechenden Medientermin vor Ort. Irgendwie so etwas wie eine Schlüsselübergabe. Toll. Großer Konzern übernimmt Projekt von kleiner Firma. Damit degradieren wir uns aber selbst. Schaltet sich Marvin nach langen Schweigen wieder in die Runde ein. Karin überlegte ein wenig, aber befand dann, Das ist doch gut. Also vielleicht nicht für uns, aber gerade das könnte die Tätis doch reizen. Zustimmendes Schweigen. Es käme also darauf an, UPLS zu gewinnen. Und das, ohne dass dort allzu viele intern mitbekommen, dass alles nur ein Fake ist. Wenn die Nummer rauskommt, wird die Sache nicht nur scheitern, sondern ist es auch unendlich peinlich. Alle schauten auf Marvin. Okay, ich mache das. Was haben wir sonst schon noch an Möglichkeiten? Filmvorführungen Na, wie war's? Fragte Melana. Die haben ordentlich Zulauf. Bestimmt 100 Leute, wenn nicht mehr, berichtete Siki von seinem Besuch der Filmvorführung hinter den Laboren. Und die sind ziemlich dreist. Nach dem Film gab es fast zwei Stunden Debatten. Zwei aus der Filmcrew waren da. Und die kennen wir auch schon von den Besetzungsaktionen. Die haben ziemlich offen ihre Sympathien für Sabotage gezeigt. Waren auch die Baustellenzerstörungen ein Thema? Ja, ziemlich lange sogar. Die haben einiges gesagt zu den Details der Abläufe. Habe ich alles notiert und inzwischen auch überprüft. Sind alles öffentlich zugängliche Informationen. Könnte also Täti-Wissen sein, muss aber nicht. Auf jeden Fall machen die ordentlich Propaganda damit. Das passt nicht zu den tatsächlichen Tätis, mischte sich der BK aller ein. Eher glaube ich, dass die Aktionen anderer für ihre PR nutzen. Das sind PR-Profis, sonst nichts. Nur weil es das bisher noch nicht gab, heißt das nicht, dass sie es nicht doch gewesen sind, wandte Nermin ein und ärgerte sich einmal mehr über den BKA-Mann, der ständig nur seine Lieblingstheorien vorbrachte. Was sie noch interessant fand, war diese ganz offene Ankündigung eines Trainings für Menschen, die solche Aktionen durchführen wollen. Wer macht das? Haben die nicht extra gesagt, aber es wirkt so, als wenn sie von sich selbst sprachen. Ist ja dreist. Aber strafbar? Wohl eher nicht. Die haben sich dazu aufgerufen, sondern gesagt, dass sie Wissen weitergeben. Ob jemand so etwas dann macht, wollten sie nicht entscheiden. Aber wenn, dann sollte es auch klappen. Ungefähr so haben sie es formuliert. Was heißt das für uns? Das sollten wir überlegen. Präventiv festnehmen vor dem Training? Lass uns das lieber ausnutzen. Wofür? Hingehen und beobachten. Aber eigentlich machen es uns doch solche Trainings nicht leichter. Je mehr stattfinden, desto mehr geht das Wissen herum. Und dann können es alle möglichen sein. Das ist aber kein Grund, nicht hinzugehen. Und dann mal zu gucken, wer denn wen kennt und welches Wissen weitergibt. Falls es überhaupt aus diesen Kreisen kommt, lieb der BKAler seiner Linie treu und fügte an, mir wäre es wichtig, dass wir die bisherige Wachschutzfirma in die Falle mit einbauen. Und dann ebenfalls ständig überwachen. Die dürfen auch nicht wissen, dass alles eine Fälschung ist. Das ist in Ordnung, meinte Nermin. Und sei es nur, um diese Theorie endlich vom Tisch zu bekommen. Entlassen Na toll. Erst wird mir eine rosige Zukunft versprochen und kaum läuft es schlechter, war es das. Marvin fand keine Worte der Beruhigung. Es war das erste Mal, dass er Menschen gegenüberstand, die er entlassen musste. Die auslaufenden Förderprogramme ohne Aussicht auf ähnlich große Neuzuweisungen machten eine Weiterarbeit in der gleichen Mitarbeit die Zahl unmöglich. Den übrigbleibenden blieb aber auch kein gedanklicher Raum zur Freude. Was ist mit SENS? Die hatten doch immer Geld für uns. Hatten, musste Marvin auch hier antworten. Noch liegt keine Antwort auf unsere letzten Anträge vor. Aber früher ging es immer recht schnell. Jetzt passiert gerade gar nichts. Alle wussten, dass ihre Jobs ebenso gefährdet wären, wenn sich nichts grundsätzlich änderte. Chris hatte sogar gekündigt. Er war jetzt in Vollzeit bei der Uni tätig und hatte seine Themenbereiche ausgedehnt. Senexik spielte nur noch eine untergeordnete Rolle. Neben seiner Lehrtätigkeit war er zum amtierenden Leiter aller gentechnischen Labore geworden. Immerhin konnte ich einen Job retten, versuchte Marvin sich in weiterer Verteidigung. Einige Wochenstundenkürzung und die Verlängerung von Start-up-Mitteln in Leipzig machten die Versetzung eines Mitarbeiters dorthin möglich. Besser als arbeitslos war das Beste, was herauszuschlagen war. Insgesamt schrumpfte das Bio-Geronto-Büro damit um vier Personen. Der Labortrakt stand viele Tage ganz leer. Karen blieb auf einer geteilten Stelle zwischen Universität und Firma. Gläsernis Labor, die zweite Melana kam in den Raum. Es klappt. Was? Die Sache mit der Falle. UPLS ist dabei. Die wollen eine eigene Presseerklärung raushauen, sogar schon im Vorfeld. Das ist vielleicht schlau. Sollten wir machen. Dann laufen die schon mal warm und alles geht schneller. Dann lass uns die Aufgaben verteilen. Da ist einiges zu tun, damit alles klappt. Naja, wir entwickeln ja nur die Strategie. Die technische Umsetzung werden die vom LKA machen müssen. Wir sollten aber alle Drähte selbst in der Hand haben. Egal zu wem. Die anderen Abteilungen, Bio-Geronto, UPLS, die machen sonst alle ihr eigenes Ding. Wieso meinst du das? Wir fahren auf einem untergehenden Schiff mit. Da gibt es nur Eigeninteressen. Jedi schaut nur noch, für sich zu retten und rauszuziehen, was geht. Dann sind wir ja eher Moderatoris. Im Sinne dessen, dass wir nicht nur die Strippen in der Hand halten, sondern auch ständig auf das gemeinsame Ziel festnageln müssen? Schon. Okay. Tragen wir die Aufgaben zusammen und schauen, wer was übernimmt. Ich mache die Abklärung mit dem LKA hinsichtlich der Maßnahmen für die Fallen, zeigte der BKAler sein Interesse an den technischen Fragen. Will da noch jemand Zweites mitmischen? Ja, ich, meldete sich Sigi. Gut, ich halte weiter den Kontakt zu den Bio-Gerontos, legte sich Melana fest. Dazu würden dann auch die ganzen Sachen mit Presseinformationen über den Neustart des Gläserländer-Labors gehören, oder? Ja, denke schon. Und der Kontakt zu UPLS? Wäre doch auch sinnvoll, wenn du das dann gleich mitmachst, weil das eine ähnliche Geschichte ist. Ja, kann ich mir vorstellen. Weitere Aufgaben wurden gesammelt und zugeordnet. Es folgten Stunden und Tage, in denen im Soko-Zimmer nur selten Menschen zu sehen waren. Viele Absprachen waren nötig, bis die Sache langsam in Gang kam. Die machen das gut, meinte Nermin bei einem ihrer seltenen Zusammentreffen. Gemeint war UPLS, deren PR-Leute den Scheineinstieg ins gläserne Labor als große Pressesache mit Ortstermin inszenierten. Das bot eine gute Möglichkeit, unauffällig die LKA-Leute auf dem Gelände die Falle vorbereiten zu lassen. Von den Aktivistis war niemand zu sehen. Seltsam, meinte Melana zu Nermin. Beide waren vor Ort, um Ausschau zu halten, ob sich jemensch verdächtig verhielt. Keine Ahnung. Vielleicht verlassen die sich auf ihre Erfahrung. Die kennen den Zustand ja. Wenn's immer die gleichen sind. Oder die Wachschützis. Beide schauten zu den schwarz uniformierten Personen hinüber. Sie waren wieder vor Ort. Alles wie vor der großen Zerstörung. Und blieben dem Kern des Geschehens fern. Eher unverdächtig, oder? Ja, hätte ich auch erwartet. Der BKA-Leute hängt anscheinend an der Theorie, aber ich glaube das nicht. Guck dir die doch an. Traust du denen das zu? Melana zuckte mit den Schultern. Beide gingen weiter um das Gebäude, ohne irgendwelche auffälligen Dinge zu entdecken. Einige Tage später schickte auch Bio Geronto eine Pressemitteilung ab, in der die Fortführung begrüßt, gleichzeitig aber die Benachteiligung der kleinen Firmen beklagt wurde. Schließlich rollten die ersten Baumaschinen. Alles sah wie echt aus. Von den Fallen war nichts zu sehen. Die dienten ohnehin nicht dem direkten Zugriff, sondern sollten alle möglichen Arten Spuren erzeugen und festhalten. Versteckte Nachtkameras und Mikrofone ohne externe Stromversorgung, DNA-Fallen, Farbpulver, Sprengdepots und einiges mehr. Das große Warten begann. Schlechte Presse So richtig überrascht war Marvin nicht mehr, als Ajit in seiner Arbeitswahl betrat. Einige große Online-Medien haben Storys über die Geldflüsse zur Senexik veröffentlicht. Marvin stöhnte. Ist bestimmt wieder negativ, jammerte er, während Ajit die Texte auf dem Touchscreen öffnete. Subventionsbetrug, lautete die Schlagzeile. Danach folgten Absätze zu den Fördermitteln für Gebäude und fragwürdige Versuche, die zum Teil unter falschen Behauptungen erschlichen worden seien. Erhebliche Fördermittel seien in die Laborbauten versenkt worden, die nicht mehr in Betrieb gehen würden. Start-up-Mittel wären in das gläserne Labor geflossen, welches nun großen Weltkonzern dienen würde. Die kostenintensive Bewachung hätte Sabotage nicht verhindern können, sei also auch wirkungslos gewesen. Fahndungsmaßnahmen der Polizei brächten keine Ergebnisse. Betroffen sei vor allem die Allgemeinheit, zum Beispiel durch insgesamt 40 Verkehrskontrollen allein vor dem gläsernen Labor innerhalb von zwei Jahren. Start-up-Gelder seien zudem an Betriebe gegangen, die nur Ableger schon länger existierender Firmen seien. Die Staatsanwaltschaft würde prüfen, ob es sich um Subventionsbetrug gehandelt habe. Naja, seufze Marvin, irgendwie ist es auch schon wieder egal. Es ist ja alles nichts Neues mehr. Immerhin hält die Story von der Wiedererweckung des gläsernen Labors. Allerdings, da sind etliche Texte erschienen. Viele nicht freundlich über diesen Wechsel, aber alle glauben es. Schön ist es ja nicht, die Welt belügen zu müssen. Selbst die meisten Mitarbeiters hier. Ajit sah sich um. Niemand schien sie zu beachten. Versagt Es dauerte nur wenige Tage. Die sind mit mehreren Leuten gekommen, alle voll maskiert, berichtete eine Wachschützi in der Vernehmung. Es ging alles sehr schnell. Wir konnten nicht telefonieren und hätten über den Zaun klettern müssen, um wegzukommen. Es waren ja alle Tore zu. Aber die haben doch Schlösser. Unsere Schlüssel ging nicht mehr rein. War also einfach zu. Milana machte Notizen auf dem Touchtable, der das gewohnte Luftbild der Baustelle zeigte. Wer ist draußen zur Spurensicherung? fragte Nermin. Wie immer. José und das Team. Ist das schlau, immer die gleichen zu schicken? Wollte der BK-Aler wissen. Warum? Die haben doch noch nie was gefunden. Wenn nichts da ist? Ich bin misstrauisch. Gut, weiter. Die Vernehmung brachte nicht viele verwertbare Details. Offenbar war die Aktionstaktik diesmal eine völlig andere. Das war wie ein Überfall. Alles wirkte total durchgeplant. Immer ein oder zwei Leute stürzten sich auf die verschiedenen Baumaschinen. Was sie da gemacht haben, weiß ich nicht, aber es ging alles sehr schnell. Die hatten wohl Werkzeuge dabei. Ich habe manches in der Hand gesehen, andere hatten Rucksäcke auf. Und das Haus? Ich konnte das nicht von allen Seiten beobachten, aber ich meine, da waren nie welche drin. Jedenfalls habe ich nichts dergleichen gesehen. War da eigentlich schon irgendwas wieder aufgebaut? Soweit ich das gesehen habe, nicht. Ich war ja schon früher immer mal im Einsatz auf dem Gelände, auch nach der Zerstörung. Ich kann mich nicht erinnern, dass sich da groß was verändert hat. Warum haben sie keinen Notruf abgesetzt? Habe ich doch schon gesagt, es ging nichts. Und hinterher? Als alle weg waren, haben wir sofort die Polizei verständigt. Die war auch schnell da, aber das nützte ja nichts mehr. Haben sie selbst irgendetwas verändert oder etwas getan in der Zeit? Nein, es gab immer ein paar, die auf uns aufgepasst haben. Wir wurden aber nicht eingesperrt. Als alle weg waren, haben wir am Eingangstor auf die Polizei gewartet. War jemand von ihnen während oder nach der Aktion im Gebäude? Ich nicht. Von den anderen weiß ich es nicht. Aber ich glaube eher, nein. Es folgten weitere Fragen und Auskünfte. Dann wurde dir Wachschützi nach Hause geschickt. Eine andere Riee wartete noch im zweiten Vernehmungszimmer. José meldete sich von der Baustelle. Ja, wie sieht's aus? Schlecht. Was heißt schlecht? Wieder keine Spuren. Ja, das überrascht mich nicht. Was ist mit den Fallen? Die haben alle versagt. Was? Milana schrie ins Juppet, sodass alle erschrocken zu ihr aufsahen. Sigi trat an ihre Seite und drückte die Lautsprechtaste. Wir haben alle Fallen untersucht. Sie sind alle ausgefallen. Wie das? So genau kann ich das auch noch nicht sagen. Wir müssen auf die Helligkeit warten. Bis dahin lassen wir alles an seinem Ort. Viele Sachen sind aber einfach weg. Wie weg? Milana merkte, wie albern diese Frage war. Aber ihr fiel nichts ein, was sie sagen konnte. Ja, lassen Sie alles so, mischte sich der BKA allein. Kommen Sie einfach zurück. Wir müssen das neu überlegen, wie wir an die Baustelle jetzt herangehen. Er war entschlossen, einen Wechsel durchzusetzen und eine eigene Spurensicherungseinheit an den Ort zu schicken. Doch Milana hatte eine ganz andere Frage an ihn. Wussten die Wachschützis, dass alles eine Falle war? Nein. Kannten die die technischen Einrichtungen der Falle? Das würde mich überraschen. Dann kommen Sie auch nicht in Frage, die so zielgenau zerstört zu haben. Der BKAler schwieg. Oder? Wir bedauern den Rücktritt unseres Vorstandes Chris Barman, der leider heute nicht anwesend sein kann, und danken ihm für seine herausragende wissenschaftliche Arbeit, aber auch für die langjährige Führungstätigkeit und wertvolle Repräsentation. Eröffnete Marvin als Versammlungsleiter den Tagesordnungspunkt Neuwahlen. Die Sache war allen Anwesenden bekannt und ließ keinen Zweifel offen. Es stand schlecht um die Sache Senexik. Der Dank war eine Höflichkeit. Intern hatte der Rücktritt einigen Ärger gemacht. Hinter vorgehaltener Hand warf Manchi dem ehemaligen wissenschaftlichen Flaggschiff des Vereins Verrat vor. Geholfen hatte es nicht. Der Posten ließ sich ohne Probleme mit einer anderen Person besetzen, aber ein weiteres Stück Glanz war abgeplatzt. Schlechte Nachrichten prägten ebenfalls den Top-Finanzen, denn weitere Fördergelder waren weggebrochen. Perspektivisches ließ sich kaum heraushören. Bei fast jedem Thema überwog das Jammern über die kriminellen Gegnis, opportunistische Politikis und den ewigen Slogan vom Untergang des Forschungsstandortes Europa. Die Sache mit der Falle am gläsernen Labor war gescheitert. Keines der aufwendig und teuer aufgebauten Systeme sicherte irgendeine Spur. Bei den verschwundenen Geräten konnte gar nicht geklärt werden, was mit ihnen geschehen war. Auf den Verbliebenen konnten keine Dateien gefunden werden. Die müssen einen Weg gefunden haben, alle Datenträger auf dem Gelände zu löschen, hatte José am Ende festgestellt. Auch die Speicher in den U-Pads der Wachschützis waren komplett gelöscht. Zum Glück hat es niemand mitbekommen, meinte Milana auf einem Auswertungstreffen und sollte sich irren. Zwei Wochen später erschien die erste Schlagzeile zum Fall. Geschockt wählte Sigi die Titelworte an. Oh nein, wie peinlich! Der ganze Artikel erschien auf dem Touchscreen. Mit Fallen gegen Senexik-Gegnis Wie Wirtschaftslobby und Polizei in Deutschland gegen Laborzerstörungen vorgingen Die Senexik-Lobby in Deutschland scheint auf dem Rückzug. Sie beantragt immer weniger Baugenehmigungen für Labore. Das wird mit der Abneigung der Mehrzahl ärmerer Bürgis gegen die nur von wenigen bezahlbare Technik begründet. Aber noch abschreckender für die Branche waren wohl radikale Senexik-Gegnis, die Labore und Baufahrzeuge zerstörten. Dabei hat die Polizei alles getan, um der sogenannten Laborratten habhaft zu werden. Wenigstens in einem Fall hat sie sogar eine mit versteckten Überwachungsanlagen gespäckte Laborbaustelle aufgebaut. Das geht aus den Akten eines inzwischen eingestellten Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft Würzburg hervor. Eine Betroffene, die Hamburger Aktivistin Linda C., erhielt die Akten und gab der Hamburger Abendpost in Teile davon Einblick. Auf dem Gelände des schon mehrfach beschädigten gläsernen Labors in Berlin-Charlottenburg bauten die Polizistis die Falle auf. Nach früheren Baustellenzerstörung habe man die realistische Chance eines Angriffs auf das präparierte Labor gesehen, teilte das Landeskriminalamt LKA der Berliner Staatsanwaltschaft im Oktober mit. Daher sei die Baustelle mit speziellen kriminaltechnischen Fallen ausgestattet worden. Doch sie schnappten nicht zu. Inzwischen wurde das Bauvorhaben aufgegeben und die Fallen ohne Erfolg zurückgebaut, ließ die Polizeiführung enttäuscht wissen. Sie hatten gehofft, mit den Fallen jene Saboteuris zu erwischen, die im vergangenen Jahr an anderen wichtigen Standorten in Rheinland-Pfalz, Sachsen, Berlin und Nordrhein-Westfalen rabiat auf ähnlichen Baustellen vorgegangen waren, darunter der Senexik Schaumeile in Charlottenburg, einem Stadtteil von Berlin. Die Aktivistis hatten Wachleute bedroht und ihnen Wachbücher, Funkgeräte und Schlüssel abgenommen. Die Anklagebehörde ermittelte wegen schweren Raubs. Wochenlang hörte sie JuPets, der beschuldigten Senexik-Gegnerin Linda C. und zweier weiterer Person ab. Die Verdächtigen stellten sich aber nicht als schuldig heraus. Die Ermittlungen wurden vor wenigen Monaten eingestellt. Aus den Akten des Verfahrens geht hervor, wie die Staatsanwaltschaft darauf kam, die Hamburger Anarchistin C. zu verdächtigen. Der Hinweis stammte von einer schillernden Senexik-Lobbyistin, Petra Hirschthaler. Die MPP-Politikerin war zunächst Wirtschaftssenatorin in Hamburg und später zweimal in Berlin, wo sie sich für die Ansiedlung von Senexik-Betrieben stark machte. Bis heute amtiert Hirschthaler als Beiratsvorsitzende beim Lobbyverband Innotalis, der seinen Sitz in Berlin hat. Im Juli vergangenen Jahres, drei Tage nach der Laborzustörung in Charlottenburg, schrieb Hirschthaler an das Landeskriminalamt. Diesmal richtet sie sich in ihrer Funktion als Rechtsanwältin der Firma BioGeronto an die Behörde. BioGeronto wollte die Berliner Senexik-Schaumeile betreiben. Hirschthaler bezeichnet in dem Schreiben C. als dringend verdächtig. C. ist eine bekannte Größe der Senexik-Gegnis. Für eine Kranbesetzung musste sie sieben Monate lang in Haft. Die härteste Strafe, die jemals für ein derartiges Vergehen verhängt wurde. Hirschthalers Hinweise gehen jedoch nicht über diese Vorgeschichte der Aktivistin hinaus. Über mehrere Seiten führt die Lobbyistin angebliche Indizien auf. C. gebe Demonstrantin als Beruf an, spiele in der Szene der Baustellen-Saboteris eine führende Rolle, sei einschlägig vorbestraft und habe eine fanatische, mit üblen Beleidigungen, Unterstellung und Verleumdung gespickte Kampagne gegen die Schaumeile betrieben. Einen konkreten Verdacht wegen der nächtlichen Zerstörung konnte Hirschthaler allerdings nicht benennen. Noch am gleichen Tag wurde der Verdacht aus Sicht der Ex-Ministerin trotzdem zur Gewissheit. Sie schrieb umgehend einen zweiten Brief ans LKA, nachdem sie einen Artikel in der Zeitung Aktuelles Forum gelesen hatte. Darin stand, C. habe Plakate und Schilder des Charlottenburger Wachdienstes vorzuweisen, die in der Tatnacht gestohlen wurden. Nach Angaben der Aktivistin waren sie der Redaktion, in der sie arbeitet, anonym zugesandt worden. Außerdem gab das Forum Äußerung C.s wieder, es sei eine legitime Strategie, den Wachleuten die Möglichkeit zu nehmen, bei der Polizei anzurufen. Für Hirschthaler war die Sache klar und auch die Staatsanwaltschaft legte daraufhin los. Sie ließ CSU-PED überwachen. Später wurde auch ihr Internetzugang angezapft und zugleich hörten die Behörden die U-PEDs der weiteren damals Beschuldigten ab. In das Netz der Überwachung gerieten Menschen, mit denen die Beschuldigten telefonierten. Eine Reihe von Journalistis, darunter die Hamburger Rathauskorrespondentin der Hamburger Abendpost. Anwalt hieß und anscheinend auch ein Hamburger Stadtverordneter. Doch die Ermittlers fanden nichts Belastendes. Nach anderthalb Jahren wurde das Verfahren eingestellt. Jetzt schießt C. zurück. Sie erstattete Anzeige gegen Hirschthaler wegen falscher Verdächtigung. Nicht der Eifer, die er mit ließ, scheint zum Rückgang der Laborzerstörung zu führen, sondern der Rückzug der Senexik-Filmen. Dieses Jahr wurden nur zwei Laborbaustellen zerstört. Es gab aber auch nur noch drei. Sie wurden rund um die Uhr bewacht. Das kostete Geld und dürfte ein Grund für das Zurückweichen der Senexik sein. »Hab ich immer gesagt«, entfuhr es Svenje aus der Spurensicherung, die sich mit der Soko-Runde getroffen hatte. »Das war eine Scheißidee!« »Ja, ja, wissen wir«, kam es zurück. Svenje schaute hoch. »Du wiederholst dich.« »Weiß ich. Aber es wollte ja niemand auf mich hören.« »Naja, ganz so stimmt das ja auch nicht. Wir mussten das ja machen.« »Quatsch«, befand Svenje. »Wenn wir alle gesagt hätten, dass es das so nicht bringt, hätten wir das auch durchgesetzt.« »Ist doch egal. Die Presse vergisst es wieder und all anderen auch. So ein Text verändert die Welt nicht. Das mag sein, aber es ärgert mich trotzdem. Außerdem ist das nicht gesagt, dass da nicht noch mehr kommt. Ihr wisst genau, was da noch im Keller liegt bei der Sache.« Einen Tag später zog sich UPLS auch öffentlich wieder aus dem Projekt zurück. Das führte zu weiteren großen Texten in den Medien. Großlabor ohne Erfolg Berlin investierte Millionen in die Forschung und scheiterte. Die letzte Bastion ist gefallen. In Berlin wird es voraussichtlich kein Labor für Senexik mehr geben. Das sagt Heide Mutscherlich, Vorsitzende von Innotalis. Die Vereinigung von Krankenversicherungen, Pharmakonzernen und Forschungseinrichtungen unterstützt seit Jahren die Senexik-Labore. Dieses Jahr hatten die Konzerne UPLS und Seneca noch drei Baustellen im Land. Es waren die einzigen in Deutschland. Im kommenden Jahr wird es wohl gar keine neuen Bauaktivitäten geben. Gescheitert sind damit vorerst auch die Bestrebungen des Senats, Berlin als Forschungs- und Wirtschaftszentrum für die Senexik zu etablieren. Die erhoffte Erfolgsstory wurde nicht geschrieben. Die Geschichte verdient eher den Titel »Pleiten, Pech und Pannen«. Berlin ist Forschungsstadt. Die Universitäten stehen für beste Lehr- und Forschungsbedingungen in Deutschland. Innovative Pharmafirmen hatten hier einst ihren Sitz. Mit dem Frieda-Berstedt-Institut Bundesforschungsinstitut für Mikromedizin am Tierkarten und dem Institut für Humangenetik und Altersforschung, IHA, verfügt man noch heute über zwei international renommierte Forschungseinrichtungen. Trotz Skepsis in großen Teilen der Bürgerschaft erkorrt die Stadtregierung die Senexik als eine der Zukunftstechnologien. Das Abarbeiten unseres Nachholbedarfs wird nicht gelingen, wenn wir nur nachmachen, was andere vormachen, sagte vor über fünf Jahren die damalige Bürgermeisterin Renata Syriaks, CPU. MPP-Wirtschaftsministerin Peter Hirschthaler stampfte eine sogenannte Humanmedizin-Offensive für über 160 Millionen Euro aus dem Boden, die auch der Senexik zugutekommen sollte. So wurden in Charlottenburg mit der Schaumeile und in Dahlem mit dem Senexik-Park zwei neue Technologiezentren gebaut. Neue Firmen siedelten sich aber kaum an. Zwei Jahre nach der Eröffnung hatten sich erst zwei Unternehmen mit insgesamt 17 Mitarbeiters eingemietet. Investiert hatte auch eine Tochter der ökonomischen Sammlungsbewegung Berlin-Brandenburg in den Bau, die jedoch öffentlich unter Druck geriet. Die Christengemeinschaft und ihre Firmen wurden nicht glücklich. Die Förderung von Senexik werde nicht als Aufgabe von Kirchenorganisationen angesehen, ließ sie mitteilen. Der Ärzte-Bund unterstützte zwei Labore zur Senexik für Forschungszwecke. Die Beteiligung von Ärzte blieb aber spärlich. Dazu meinte Selene Freuging, Chefin des Ärzte-Bundes, Es gibt zwei Dinge auf der Welt, für die man keine Versicherung bekommt. Atomkraft und Gentechnik. Auch die Senexik arbeitet mit Gentechnik. Nach der Startphase erschwerte die damalige orange-grüne Bundesregierung den Aufbau neuer Senexik-Labore. Vor allem die Haftungsregelungen für die Krankenhäuser wurden verschärft. Das Land Berlin klagte dagegen vor dem Bundesverfassungsgericht und scheiterte. Die obersten deutschen Richties argumentierten, dass die sozialen Folgen der Senexik noch nicht endgültig geklärt seien. Dies war Wasser auf die Mühlen der Gegners. Immer wieder wurden auch Baustellen und Labore, etwa der Charlottenburger Schaumeile von Aktivistis, zerstört. Innotales-Chefin Mutscherlich spricht vom Genickbruch. Wenn die Arbeit von Jahren in einer Nacht zerstört wird, dann ziehen sich die Unternehmen irgendwann zurück. UPLS gab Anfang dieses Jahres bekannt, dass die Senexik-Sparte von Deutschland nach Südafrika verlagert wird. Die Tochter SunSenex in Halle, die jahrelang an der Entwicklung von Messinstrumenten für Labortests zur Senexik gearbeitet hatte, wird geschlossen. Auch der Senexik-Park in Dahlem stand vor der Insolvenz. Rettung brachte ein neuer Investor. Die Altersforschungssparte des Chemiekonzerns Holstis hat sich seit diesem Jahr angemietet und baut in den Räumen ihr weltweites Nervenzentrum auf. Gearbeitet wird aber nicht an der Senexik, sondern konventionell. Das sinkende Schiff verlassen Marvin seufzte. Das ist alles ein Desaster. Ach was, entgegnete Karin. Wir haben doch jahrelang super davon gelebt. Ich denke, es ist Zeit, was Neues zu suchen. Die Sache hier ist verbrannte Erde. Wie, du willst uns verlassen? Karin zuckte mit den Achseln. Toll. Und wohin soll die Reise gehen? Die Großen sind stabiler. Da bietet sich bestimmt was. Sie suchen immer nach Leuten mit Erfahrung. Sie erinnert sich an einen Mitschnitt der Schulungen ihrer Gegneys und den Film über die Seilschaften. Wie sie die Gruppen gehasst hatte, die dahinter standen. Zu den Sätzen, die sie genau in Erinnerung hatte, gehörte dieser. Die kleinen Firmen werden mit Steuergeldern und Patenten vollgepumpt. Und dann wird alles geräuschlos in die großen Konzerne rübergeschoben. Es ärgerte sie doppelt, dass diese Leute, die alles kaputt gemacht hatten, nun auch noch Recht bekommen sollten. Zumindest für sie persönlich. Nach einer Pause sagte Ajit, es hätte alles viel schlimmer kommen können. Was denn noch? Ajit machte eine vielsagende Handbewegung. Strafverfahren? Hausdurchsuchung? Fördergeldrückforderungen? Was noch? Niemand antwortete. Habt ihr das Interview mit Sonja Schumann schon gelesen? Welches? Das von heute Morgen? Nein? Ajit initialisierte den Touchtable und holte den Wortlaut hervor. BZ. Das gläserne Labor in Charlottenburg war mehrere Jahre das Aushängeschild der Senexik-Politik in Berlin. Sind die Messen endgültig gesungen? Sonja Schumann. Ja, die Senexik hat in Deutschland keine Zukunft. Große Teile der Bevölkerung lehnen sie ab. Für mich war das ein Lernprozess. Wenn ein Konzern wie die UPLS oder kleinere Konkurrenten bei der Öffentlichkeitsarbeit so schwerwiegende Fehler machen, dann kann ich das vor den Menschen nicht mehr verteidigen. BZ. Bisher hieß es, es soll Platz für alle sein. Forschung für die Gesundheit der breiten Masse, wie auch der Eliten einer Gesellschaft. Gilt das nicht mehr? Ja, Schumann. Ich glaube inzwischen nicht mehr, dass beides nebeneinander möglich ist. Praktisch nicht, finanziell nicht. Bis heute konnte man sich nicht auf die Verteilungsregelungen der Fördermittel einigen. BZ. Was bedeutet das für Berlin? Schumann. Für die Senexik gibt es in der Stadt keinen Platz mehr. Der Senat setzt auf eine klassenlose Medizin und Gesundheitswirtschaft. Auf soziale Gerechtigkeit. Dazu kann und muss die Forschung einen Beitrag leisten. Das bietet übrigens Chancen, die bisher viel zu wenig genutzt werden. Erinnerungen Chris verließ die Bühne und setzte sich ins Publikum. Immer noch war das nicht sein Ding, im Rampenlicht zu stehen. Doch seine Frustration und innere Empörung, dass seine einstmals so hoffnungsvollen Entdeckungen so komplett im Nichts versunken waren, hatte ihn die Einladung annehmen lassen. Nun saß er wieder im Publikum und versuchte, sich auf die nachfolgenden Beiträge zu konzentrieren. Als zur Mittagspause geläutet wurde, war er froh, die Tagung unauffällig verlassen zu können. Auf seinem Weg Richtung Ausgang hielt ihn ein alter Mann am Ärmel. Am Namensschild konnte Chris erkennen, dass er mal Professor in hochrangiger Stellung gewesen sein musste. Ihr Vortrag hat mir aus dem Herzen gesprochen, lobte er Chris. Es ist viele, viele Jahre her und ein anderes Fachgebiet, aber ich habe da ganz ähnliche Sachen erlebt. Chris lächelte dem alten Mann zu, ließ sich aber nicht aufhalten. Es war ihm einerlei, ob er das erste, einzige Opfer oder nur eines von vielen war. Zumal all die Geschehnisse ihn immer unsicherer gemacht hatten, ob der von seinem ehemaligen Weggefährt dies behauptete Fortschrittshass in der Bevölkerung die Ursache war, oder vielmehr die Gier, alle guten Ideen immer nur ganz schnell zu Geld machen zu wollen. Er hatte sich damals nicht gewehrt, sondern immer zu denen gehalten, die mit seinem Wissen Profite einstrichen. Das war vielleicht sein entscheidender Fehler. Am Ende war es allen zum Verhängnis geworden, dass sie auf ihrer Jagd nach immer neuen Geldquellen dem überraschenden Druck kreativer Aktionsgruppen nicht standhalten konnten. Er wusste nicht mehr, worüber er trauriger sein sollte. Dass der Menschheit, wie er es weiter empfand, eine großartige Idee verloren gegangen war, oder dass ihm der ganz große Sprung dadurch verwehrt blieb. Vielleicht war es aber auch etwas ganz anderes, was ihn traurig machte. Dass er viele Menschen verloren hatte, die an andere Orte zogen, nur weil dort neue Prophete winkten. So manche von ihnen hatte er für Idealistis oder zumindest gute Wissenschaftlis gehalten. Einige sogar für Freundis. Vielleicht waren sie das alles nie. Das war Hinter den Laboren. Ein Roman von Jörg Bergstedt. Erschienen im Seitenheben Verlag. Zum Abschluss folgt eine Rezension im genethischen Informationsdienst Februar 2016. Den Hinweis, Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind rein zufällig, suchen sie in diesem Buch vergeblich. Die Nähe zu bekannten Skandalen macht den Reiz von hinter den Laboren aus. Wer sich in den vergangenen 10, 15 Jahren in der gentechnisch-kritischen Bewegung Deutschlands getummelt hat, wird in Jörg Bergstedts Roman vieles wiederentdecken. Das hat dem Rezensenten oft großen Spaß bereitet. Ein interessanter, in weiten Teilen gelungener Versuch verdient Erwähnung. Bergstedt hat mit Unterstützung mehrerer Personen unterschiedlicher Geschlechtszuweisung eine geschlechterrollenfreie Sprache entwickelt. Mit neuen Wortformen, Artikeln und anderem. Die vielleicht spannendste Frage, die am Ende offen bleibt, ist Wo bekomme ich die Liste mit den Auflösungen, welcher reale Name sich hinter welchem Namen im Roman verbirgt? Das Buch erschien im Jahr 2015, hat 298 Seiten plus Glossar und kostet im Seitenheben Verlag 10 Euro. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017